Hallo und herzlich willkommen hier bei Elektrotechnik Rezepte. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure Klausurphase im Studiengang Elektrotechnik strukturieren, planen und organisieren könnt. Nehmen wir mal an, ihr habt fünf Fächer zu schreiben, zum Beispiel Elektrotechnik, Mathematik, Informatik, Digitaltechnik und Physik. Und die Klausuren wären Ende Januar, Anfang Februar und auch Anfang März noch welche, wenn also das nächste Semester bereits anfängt. So war das damals bei mir gewesen. Ich habe 2003, 2004 Elektrotechnik an der TH Köln studiert und da war das damals so, dass man fünf Fächer hatte. Jetzt sind ja die Bachelorstudiengänge dran. Teilweise sind es vier Fächer, teilweise an anderen THs oder Fachhochschulen, aber auch sechs Fächer. Deswegen ist das jetzt einfach hier so ein Beispiel. Wir planen also hier von der Zeit her ist Dezember, Januar, Februar, März. Hier sind jetzt die verschiedenen Fächer, für die Klausuren zu schreiben sind. Ich habe das damals so gemacht, dass ich mir die Aufgaben vorgenommen habe, plus alte Klausuraufgaben, noch einige andere Aufgaben aus speziellen Fachbüchern. Und nehmen wir mal an, man kommt dann in der Summe für Elektrotechnik, sagen wir mal, auf 100 Aufgaben. Davon kann man direkt schon hingehen und sortiert gewisse Aufgaben aus, wo man den Eindruck hat, die brauchen jetzt überproportional lange und man kann sich auch nicht mit derselben Intensität allen Aufgaben widmen. Dafür hat man einfach gar nicht die Zeit. Also von dem ganzen Stapel oder von der Menge Aufgaben, die man sich so zusammengesucht hat, sichtet man erstmal und tut dann schon mal eine gewisse Menge an die Seite. Dasselbe gilt für Fachbereich Mathematik. Da gehen wir jetzt auch mal davon aus, dass man insgesamt 80 Aufgaben zu bewältigen hat. Ich weiß, dass es mittlerweile THs und Fachschulen gibt. Auch hier in Köln ist das so. Die haben teilweise viel, viel mehr Aufgaben in Mathematik. Das führt dann auch dazu, dass es meistens dann hier in der Klausurvorbereitungsphase einen fürchterlichen Stress gibt. Also da auch mal ein persönlicher Tipp an euch. Sortiert einfach Aufgaben aus. Ihr müsst da nicht alle rechnen, sondern das, was euch praktisch ein grundlegendes Fundament in Mathematik vermittelt. So, und dann kommen wir zur Informatik. Die Informatikaufgaben sind ja meistens mit Programmieraufgaben verbunden und die können dann auch schon mal etwas umfänglicher sein. Wir gehen dann also hier von 25 Aufgaben aus. So, auch bei der Digitaltechnik können die Aufgaben auch schon mal umfänglicher werden. Und häufig gibt es natürlich auch entsprechende Unteraufgaben. Wir gehen jetzt einfach mal insgesamt von 40 Aufgaben aus, die man zu bewältigen hat. Und bei der Physik, das ist jetzt auch ein Mittelwert, 45 Aufgaben. So, was bedeutet das jetzt? Man sollte ja jede Aufgabe oder Programmieraufgabe vor der Klausur mindestens zweimal gemacht haben. Idealerweise dreimal. Das klappt meistens so oft nicht, zumindest nicht für alle Aufgaben. Gucken wir uns jetzt mal die Klausur in Elektrotechnik an. Die Klausur wäre exemplarisch angenommen Ende Januar, also praktisch direkt unmittelbar in Anschluss an die Vorlesung. Wir hätten 160 Aufgaben durchzurechnen, also zweimal 18. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, wenn man pro Tag so und so viele Aufgaben vor der Klausur durchrechnen möchte, dann bedeutet das, dass bereits Anfang bis Mitte Dezember man die Aufgaben, die man bis dahin bekommen hat, und soweit alle schon mal durchgerechnet hat oder zumindest schöne Musterlösungswege vorliegen hat und auch die Formelsammlung, hier abgekürzt mit FS, dass man auch die Formelsammlung bereits fertig hat. Weil es ist meistens total viel Arbeit, die Musterlösungswege in Erfahrung zu bringen. Meistens kann man das ja noch nicht selber. Und da muss man in den Übungen fragen oder in den Tutorialen. Und häufig werden in den Übungen oder Tutorien nicht alle Übungsaufgaben durchgerechnet, weil es da natürlich auch viele Zwischenfragen gibt von anderen Studierenden. Aber die Aufgaben muss man trotzdem können und man muss sie dann hier zur Klausur auch parat haben. Also deswegen vorher, kümmert euch vorher rechtzeitig darum, beschreibt dann Mails an den Professor oder fragt ihn mal. Und das ist häufig, so war meine Erfahrung, doch mit erheblichem Aufwand verbunden. So, wenn man dann die Aufgaben soweit hat. Es kommen ja noch welche hinzu. Das Semester geht ja am Anfang noch weiter. Dann gibt es ja noch weitere Aufgaben. Das heißt, alles, was bis dahin dran gewesen ist, ob Elektrotechnik, Mathe oder die anderen Fächer, sollte man so gut es irgendwie geht, da schon mal gut aufbereitet haben. Sonst kriegt man richtigen Klausur-Endstress. So, nehmen wir mal an, man hat das so getan. Dann geht man hin und teilt sich die zu lösenden Aufgaben grob ein. Ich habe hier so ein Viertagesrast, also hier Tag 1, Tag 5, Tag 9. Habe ich jetzt mal die Zeit um Weihnachten, die Zeit um Neujahr ausgespart. Und dann geht man hin und fügt dann pro Viertage oder pro Tag, wenn man das jetzt ein bisschen detaillierter aufschlüsselt, so und so viele Aufgaben ein, die man als Klausurvorbereitung durchrechnen muss. Dabei sind jetzt verschiedene Randbedingungen anzunehmen. Die eine Randbedingung ist die, dass man meistens so die Tendenz hat, und das macht auch Sinn, unmittelbar vor der Klausur, wir gucken jetzt hier wieder auf die Scaleway Elektrotechnik, dass man die beiden Tage vorher möglichst nicht für andere Fächer lernt. Da sind also hier grauer Block, da lernt man gar nicht für das betreffende andere Fach. Lässt sich meistens so nicht exakt durchführen. Also hier seht ihr, ist dann jetzt nochmal so ein bisschen Informatik drin. Das ergibt sich einfach aus der Aufgabe, dass man alle Aufgaben, also hier 80 zweimal durchgerechnet hat. 80 mal 2 gibt 160 hier in der Summe Aufgaben. Hier 25 Informatikaufgaben mal 2 gibt 50 Aufgaben. Das heißt hier die Anzahl Aufgaben, die man hier so einfügt, da hat man dann hinten die Summe. Zweite Randbedingung ist die, meistens fällt es schwer, mehr als drei Fächer am Tag zu lernen. Das heißt in der Summe sollte dann hier pro Tag oder pro Viertagesblock nicht mehr als drei Fächer auftauchen. Also hier Elektrotechnik, Mathe, Informatik, oder hier Informatik, Digitaltechnik und Physik. So und dann fügt man also hier die Anzahl Aufgaben ein. Da sieht man schon direkt, dass hier der Januar, der wird also ziemlich heftig. Man hat dann ja auch teilweise Vorlesungen. Es kommen also immer ja noch weitere Aufgaben hinzu, die natürlich auch richtig schön aufbereitet werden müssen, was bekanntlich immer relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann sieht man hier zum Beispiel die Digitaltechnik und Physik wären am Anfang des nächsten Semesters. Da ist man häufig geneigt zu sagen, ja das lerne ich entsprechend später. Aber wenn man dann jetzt mal so die Anzahl Aufgaben hier einfügt, kommt man einfach rechnerisch zu der Schlussfolgerung, dass man bereits vorher im Dezember auch schon mal sich einigen Aufgaben widmen muss, weil man das sonst hier rein zeitlich überhaupt nicht schafft. Weil man ja die anderen Nebenbedingungen hat, dass man zum Beispiel hier vor Mathematik zwei Tage vorher nicht für die anderen Fächer lernen kann. Und das stanzt natürlich hier immer schon relativ viele Tage aus. Und dann sieht man dann, dass man doch schon Mitte Dezember auch richtig für die Fächer, die eigentlich erst Anfang März anstehen, sich denen schon widmen muss. Dann kann man auch ungefähr den zeitlichen Aufwand ermitteln, den man haben wird, wenn man vorhat, so zu lernen. Nehmen wir einmal an, eine Aufgabe benötigt im Mittelwert 30 Minuten. Das kann natürlich auch sehr viel weniger. Es kann auch erheblich mehr sein. Nehmen wir das mal an. Wir haben hier die Zahlen, beziehen sich also immer auf vier Tagesblöcke. Dann kommt man hier pro vier Tage auf 55 Aufgaben. Das bedeutet dann, pro Tag hätte man dann einen Lernaufwand von sieben Stunden. So, das Ganze liegt also hier wie so eine Gausskurve drüber. Hier Maximum pro Tag sieben Stunden Lernaufwand. Hier fängt das dann so langsam an. Im Dezember zwei Stunden pro Tag. Hier am Ende im Februar auch zwei Stunden. So sehe dann ungefähr der Lern- und Klausurvorbereitungsaufwand aus. Dieser Plan bezieht sich allerdings jetzt nur darauf, dass man praktisch gar nichts anderes zu tun hat, als sich dem Studium zu widmen. Weil eigentlich klappt dieser Plan, so wie er hier steht, nur unter aller, aller idealsten Bedingungen. Den haben natürlich die wenigsten. Bei mir war das auch damals so, dass ich auch das quasi erstmal so nebenbei angefangen habe. und weniger ist dann häufig mehr. Viele müssen nebenbei arbeiten gehen oder haben eine Familie zu versorgen oder an Pflegebedürftigen Angehörigen. Und das hat dann natürlich dann immer erstmal Vorrang. Daher mein persönlicher Tipp an euch. Und so habe ich es damals gemacht und sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich einfach von vornherein, das seht ihr hier zwei Klausuren, einfach komplett weggelassen habe. Und auch am Anfang gar nicht geplant habe, die mitzuschreiben. Das nimmt einem ungeheuren Druck vom Kopf. Man kann sich den Fächern Elektrotechnik und Mathematik in der Breite und Tiefe widmen, wie es eigentlich auch wirklich erforderlich ist. Also mein Tipp an euch, wenn ihr merkt, es wird zeitlich zu eng, ihr habt viele andere Verpflichtungen nebenbei, die natürlich dann auch erstmal Vorrang haben. Dann nimmt einfach ein paar Fächer raus, guckt, dass ihr irgendwie in so einen Lernrhythmus kommt, den so einigermaßen einhaltet. Ich weiß es, Pläne sind immer so, in dem Moment, wo man sie macht, sind sie eigentlich auch schon wieder dahin, weil einfach einem irgendwas immer da reingräht. Es funktioniert was nicht. Es geht was kaputt im Alltag. Und da muss man sich darum kümmern. Ja, das Leben lebt einen. Und deswegen fangt einfach mit weniger an. Und wenn ihr dann in so einem Lerntakt drin seid, dann wiederholt ihr einfach die Fächer, die ihr am Anfang nicht habt, schreiben können oder wollen. Das holt ihr einfach dann später nach. Ja, ich wünsche euch dann ganz viel Erfolg in der Klausurvorbereitungsphase. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und vielleicht sehen wir uns einmal später wieder bei einem anderen Tutorial. Bis dahin erstmal alles Gute und Tschüss.